so ich würde sagen ich fange jetzt an hier mit ich geh noch mal die mine jetzt kann ich noch ein bisschen weizen von dir haben das beste du hast selber bei den langen dankeschön für die türen der hecke damit du mir nicht mehr sachen die ich auch hier klau kaputt machst der witzig wäre jetzt einfach nebenhand reinlaufen würde nebenhand je kaputt machen ja das ist ja so scheiße von dem jungen alles gut hey ich bin gleich tot ja der bogen ist halt stark schon was willst du denn jetzt hier du willst du willst weizen ja hab ich ja wo bist du denn hin nach da hinten mach jetzt hier die kürbisse mal hin ach man christian was soll denn das ich sehe dich da oben auf dem dach ich bin irgendwo nicht mal kann man in ruhe arbeiten ja ja hi sehr schön mit ihm ich bin dann ja 's ja ich bin da weg Verpiss dich! Verpiss dich! Oh! Mann ey! Dieser Junge ey! Du hast es grad drauf angelegt, du wolltest ihn schlagen! Du legst es doch auch drauf an, alter! Ey, ich hab mit Arschlisch an dir vorbeigeschossen! Alter, ganz ehrlich! Vertrieb mir nicht meine Wörter hier im Mund, ja? Du Arschloch! Hä? Was hast du gesagt? Arschloch? Ja! Ich mag die Minecraft-Season! Diese haben ja auch bestimmt mitzumachen! Mann, ihr wisst doch, dass ich keine drohe! Ähm... ... 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 sec ... ... ... ... ... ... ... Ich muss die Blöcke da einfach nur raufsetzen, wo das Wasserquell ist. Wo ist die denn? An den Stufen! Yo! Pass auf! Hier? Hier? Ja? Hau ab, Alter! Hau ab, Junge! Du Penner, Alter! Du Penner! Du musst jetzt noch mal abbauen! Ich muss jetzt alles wieder abbauen! Nein, musst du nicht! Du musst nur die Quelle abbauen, also die ersten Stufen da! Ich hab keine Spitzlager dabei! Penner, Alter! Ah, schön! Ja, ja, warte ab, das kriegst du dann noch mal zurück! Ja, ja! Da hab ich gleich aufzulachen! Ey, Christian! Siehst du mich? Dreh dich mal um! Nochmal! Ich bin Fade! Siehst du's? Pass auf! Ich geh jetzt da lang! Siehst du, was ich in der Hand hab? Dreh dich mal! Ja! Ja, ja! Ach, nö! Und es fängt wieder an zu pissen! Und es geht schon wieder los! Ah! Mann! Wo ist die verfickte Quelle? Wo ist die verfickte Quelle? Mann! Freund! Ich werd nicht so viel lachen! Also, du machst nix mehr da, aber das ist nämlich assi! Nö, dann ein komplettes Haus werden in die Luft gehen! Nein! Ich werd hier nichts beschädigen! Ausnahmsweise! Das ist schön! Ausnahmsweise! Oh Mann ey! Ich muss die ganzen Treppen abbauen jetzt! Alter! Das geht nicht weg! Wenn ich da Treppen nehm' und wieder Blöcke hin platziere, dann bleibt es da! Warte! Ich guck gleich selber! Oh Mann! Warte! Dein Ernst, Niklas? Was dann? Guck mal, was machst du denn jetzt hierher? Weißt du, ich hab dir nichts getan, du Arsch! Wir haben ein bisschen trauen jetzt hier! Wenn du mir kassel in traue Laune ist, find ich auch in traue Laune! Geht's ab! Es gibt nicht gegenseitig trauen, aber lass mich bitte nur gut! Kein Ding, warum fließt denn das jetzt nach oben? Wir fließt nach oben! Das Wasser ist jetzt bei mir da oben bei, über den Grundstück! Von Weitem sieht das schon ziemlich geil aus, Alter! Ja, aber es fließt hier oben rum! Hier fließt es jetzt! Zeug mal! Hä? Zeug mal! Das stimmt ja gar nicht! Seht's doch! Es regnet ja nur! Haha! Wie viele Bögen hast du, äh, wie viele Pfeile hast du eigentlich? Unendlich! Oh, fuck! Ich hab meine Sachen wenigstens wieder! Nö! Warum nicht? Körbiskernen hast du bei, ne? Ja! Und du kannst sie gerne behalten, wenn du willst! Hast du noch Wurst? Ja, mein Schwert und so! Ja, das ist schon mal alles klar! Alles gut! Also ich gucke, das kannst du gerne behalten, dann kannst du es wieder aufwarnpflanzen! Nö, ich hab keine Körbisse! Nö, ich hab keine Körbisse! Alter, guck dir das mal an, wie man hier rumliegt! Nein, jetzt schon! Ich hab mein Dings wieder! Mein Chilt! Nö! Ist doch ne Kacke! Nein! Oah! Also wie war das jetzt nochmal mit dem Schild? Naja, okay, ich weiß das! Ach so! Hab ich überhaupt noch ein Bett? Ich glaub mein Bett ist kaputschig! Echt jetzt? Äh, ja! Ist doch von der Creeper in meinem Bett exkultiert! Ich hab kein Bett mehr, Mann! Na klar, du hast doch zwei Betten, oder? Ja, hab ich! Kann ich mal eins benutzen! Äh, du kannst gerne von mir Wolle nehmen! Ich schlaf neben dir lieber! Nein, ich will nicht schlafen! Komm her, Schnucki! Nein! Okay! Bloß nicht, Alter! Weiß die Tür! Bloß nicht! Weiß! Weiß nicht, wie es funktioniert! Ähm... Na klar weiß ich wie das funktioniert! Hier, so! Ja, ich hab doch er da reingeworfen! Nein, du musst doch die Sachen rausnehmen, die Alters! Wenn das funktionieren soll! Der, so! Sehste? Okay, können wir können, lass mal schlafen! Baby, oh yeah! Können wir jetzt auch schlafen? Müsst es noch von meinem Standpunkt aussehen, wenn man das ganze sieht, äh, quasi man hört und sieht. Guck mal, weißt du was cool ist? Hier kannst du gucken mal. Ja. Die Graben kann man hier sogar platzieren, finde ich ganz cool eigentlich. Das ist echt krass. Alter, du bist schwarz. Hey. Bitte nicht. Gib mir das Schild. Und dann musst du halt... So. Aua! Sorry, my mistakes. Nein! Was soll eigentlich jetzt hier sein? Du hast den Krieg jetzt auch weitergeführt, also muss ich ihn auch weiterführen. Okay. Aber du siehst uns ja ich da dran, mein Freund. Ja, ich weiß schon. Das ist ein Problem. Abwenn ich kein Wasser auf den Trabbriss stehe. Lass mir was einfallen. Alter, du hast jetzt 65 Erde jetzt habt gerade, nur deswegen um mich zu ärgern. Ich habe noch mehr. Warte, ich hole kurz weg. Nein, bitte nicht. Mach die Tür, ich mach die Tür wieder weg in der Hecke. Okay. Noch nicht. Jetzt die Frage. Mach ich das ebenerdig das Haus oder mach ich das ein bisschen höher? до 50 Sekunden. Drittin? Was soll ich das hinbewonnen? curry! Da! 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 Vielen Dank. 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 hat jemand von euch wenig level ich hab zu viele leider nie kannst du ich hab gar keins ich töte dich mal kurz stell dich mal bitte in sicherheit ne bitte jetzt nicht echt nicht ich bin grad mitten im wald ich bin in deinem haus aufgewacht schnucki das ist doch schön sehr cool eigentlich wollte ich dass der golden ist was können naja die anzeige so ich komme gleich wieder lass mal statt machen okay